Unsere Forschung geht es um die Untersuchung wirtschaftlicher Phänomene aus dem Blickwinkel der Soziologie. Wirtschaftliche Strukturen und Prozesse werden dabei von uns in ihrer Verbindung zu sozialen, politischen und kulturellen Kontexten untersucht. Dabei geht es in der Wirtschaftssoziologie nicht nur um das genaue Verstehen der Ursachen von sozialer Ungleichheit, sondern auch darum, was dies konkret etwa für das Leben der Menschen in stagnierenden Regionen bedeutet und welche politischen Folgen dies nach sich zieht. Es gibt insofern ein Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, dessen Untersuchung nicht nur wissenschaftlich bedeutsam ist, sondern von dessen Austarieren auch die Stabilität unserer sozialen Ordnung abhängt.